ja Leute was soll ich jetzt sagen, ich gebe mal ein kleines update hier, es ist schon relativ dunkel oder es fängt an dunkel zu werden, schon waren die wolken die da kommen, ja ich muss mich erst mal entschuldigen, weil ich habe hier ein bisschen was verwechselt, in der mitte sind nämlich radieschen, links die zwiebeln, die zwiebeln sind die ganze zeit bisher nicht gekommen, jetzt kommen sie aber, so jetzt kommen die zwiebeln und wie ihr sehen könnt, radieschen, buschbohnen, ne dort kommt alles ziemlich gut, genau wie kohlrabi, oh da hat es geblitzt und der kopfsalat, ja den rest hier ist jetzt blödsinnig, habe ich aber erstmal unter dem pavillon untergestellt, ja man weiß ja nie, eigentlich müsste es nicht, weil auf dem feld stehen sie auch draußen, aber ich war mir unsicher, deswegen habe ich es gemacht, ja hier kommt auch Mais, könnt ihr jetzt schlecht sehen ja und dann natürlich hier die Kartoffeln, das ist Wahnsinn, vielleicht kann ich euch Licht machen, ich habe sogar eine Taschenlampe dabei, ihr seht es ja, also, ich meine da kommt einiges, ich habe schon mal so einen kleinen Frosch hingesetzt, gucken wir hier nochmal eben, und die Radieschen Leute, die Radieschen, die werden gepflückt, da nehme ich euch mit, 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 da nehme ich euch mit, die Radieschen Leute, die werden langsam, ich kann euch mal ein Bild einblenden, aber die werden langsam, und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir die pflücken, denn morgen sind so vier Wochen drin, und dann denke ich werde ich die wahrscheinlich dann, ja morgen rausholen, zumindest ein paar, nicht alle, ich denke mir mal den hier nicht, den wahrscheinlich auch nicht, aber da hinten den Rest denke ich, werde ich dann wahrscheinlich rausholen, und mal gucken, wie der Rest so weiterkommt, ich hoffe zumindest, da kommt noch einiges, ich kann euch die anderen Kartoffeln ja auch mal zeigen, aber ihr werdet vielleicht eh nicht so viel sehen, ich gehe mal kurz wandern, wie gesagt, ich habe sie untergestellt, man müsste das eigentlich nicht, Sekunde, also nur mal zur Info, es sind Kartoffeln, ne, hier hinten der Bottich, da sind Kartoffeln drin, hier sind die Melonen, da hinten ist der Mais, da, in den kleinen Runden ist der Mais, und hier links neben, ist nochmal viel Anzucht jetzt, Möhren drin, ja und hier natürlich jetzt, die oberkrassen, Kartoffeln, also, das ist schon, schon crazy irgendwie, aber, naja, abwarten. Ja, so Leute, ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit, wenn ich die Radieschen raus, nur immer ein paar, ich habe ja gesagt, den hier lasse ich wahrscheinlich stehen, und, ja, mal gucken, ob ich den noch stehen, aber ich denke, den nehme ich auch raus, weil der hier, der braucht noch ein bisschen, aber ich würde sagen, die anderen nehmen wir schon mal raus, so, gucken wir doch mal, ja, guck mal, also, das war eine gute Wahl, das mal rauszunehmen hier, ich denke, das ist ganz gut, würde ich mal so behaupten, machen wir euch mal was ab hier, Entschuldige, also das Wichtige ist, ich werde auf jeden Fall nochmal neu pflanzen, und, und, und dann werden wir mal schauen, ja, guckt euch das an, Leute, also, kann man nicht meckern, würde ich behaupten, da kannst du nicht meckern, das ist gut, dies ist gut, hör mal, Blätter haben ein paar Löcher, wie ihr sehen könnt hier, aber, überhaupt nicht tragisch, so, ja, ist doch gut, hör mal, ist doch einmal frei, ist er doch, ich finde die gut, also, kann man nicht anders sagen, ich zeige euch jetzt gleich mal die Ausbeute, komme ich da, hier, geh mal einmal rum, im Übrigen die Kartoffeln, so, ist ja süß, ziemlich länglich, ja, ja, die wird nichts geworden sein, Leute, aber gut, so, Monster, die Sorgen, eigentlich kann ich das sehen lassen, ähm, ich würde jetzt hier noch ein paar mehr anpflanzen, oder wieder neu, wieder neu machen, wie gesagt, den werde ich stehen lassen, noch ein bisschen, gucken, und, übrigens, 13.05. habe ich die reingesetzt, wir haben heute den 13.06., also genau einen Monat, vier Wochen, also, da kann man eigentlich nicht meckern, würde ich mal behaupten, also, finde ich gut, nur die Buschbohnen, im Übrigen, zeige ich euch das jetzt mal im Hellen, seht ihr vielleicht ein bisschen besser, ähm, ja, braucht, ne, sind Buschbohnen, ähm, ich hätte mich ja vertan, das sind die Zwiebeln, hier, vielleicht könnt ihr das jetzt besser sehen, hier, das sind überall die Zwiebeln, oder auch hier, gucken, wann dann es soweit ist, und, äh, ja, Kohlrabi, kann man eigentlich nicht meckern, ich bin mal gespannt, ähm, wie gesagt, 11.05., das ist ein bisschen über einen Monat, und hier haben wir jetzt noch den Kopfsalat, oh, hier kommt auch mal Kopfsalat, guckt euch mal an, Leute, guckt mal, den habe ich vorher noch nicht gesehen, der war vorher noch nicht da, aber da kommt jetzt auch Kopfsalat, so, das heißt, da hätten, äh, eins, zwei, viermal Kopfsalat, wenn das, ich meine, die Zeit ist eigentlich, ja, aber Felder sind auch noch im Moment ein bisschen Kopfsalat, aber, ähm, ja gut, also ich kann nicht meckern, sagen wir es mal so, ja, ja gut, dann würde ich sagen, war es das für das Video, wenn es euch gefallen hat, drückt natürlich wie immer ein Daumchen hoch, schreibt was nett ist in die Kommentare, und dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal, macht's gut, haut da rein, ciao, ciao. Auf Wiedersehen. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020